Seit kurzem wohnt Kater Louis bei Amira Pocher. Der kleine Kater hat es der 31-Jährigen richtig angetan. Und so darf der Familienzuwachs natürlich auch bei den Weihnachtsvorbereitungen nicht fehlen. In ihrer Instagram-Story präsentiert Amira ihren Fans ihre neueste Errungenschaft. Passende Weihnachtspyjamas für die ganze Familie. Die Zweifachmama ist bereits im Weihnachtsfieber und hat sich nach ersten Dekorationen nun dem passenden Outfit für ihre Liebsten gewidmet. Auch für den kleinen Kater gibt es ein passendes Outfit. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Amira fröhlich mit dem neuen Familienzuwachs im gemütlichen Partnerlook. Beide tragen ein Pyjama-Outfit mit dem gleichen Muster. Kater Louis muss sich allerdings noch ein wenig an den neuen Look gewöhnen. Mit den süßen Partneroutfits kann Familie Pocher nun kuschelig in die Weihnachtszeit starten.